ja leute abschluss bestätigt zocken wir hier noch mal eigentlich mein lieblingsmodus alter ich finde es am geilsten abschluss bestätigt macht am meisten laune ja logischerweise hardcore ich spiel nur noch hardcore und ja auf der map fünf gucken ob ich jetzt hier ein bisschen jeden kann ich habe übrigens auch mal die granaten hier wechselt in diese in diese sprengladung die aktiviert wenn man jemand durchläuft oder in der nähe läuft alle einheiten finde ich nicht endlich ein bisschen besser sagt sagt kommt wie hat denn der mich durch die wand geholt der wichser dieser kleine penner na warte mal einer ab hier sagt hier an sag ich brühe jetzt hier nicht mehr den boden hier ist china was los da mensch lasst mich doch vorräte natürlich aufpassen wann und wohnt die einsätze haben wir mal wenn wir einfach mal die vorräte holen sehr schön habe ich damals so hu zack noch nicht hier gemacht mensch mensch nein 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 so jetzt habe ich auch in drohne nähert sich ja ja so jetzt seid ihr am arsch jetzt kommt mein server nix getroffen hier mit beinahe ding salter packte kacke juli jetzt so ein bisschen so wieder killen so hier rennen die nämlich um manchmal durch wenn die durchs fenster springen wo sind der zack siehst du wie geil habe ich schon gewusst dass irgendjemand so blödes durchs fenster springt zack mein server muss macht ja kein schaden oder was ist los was ist mit dem ding los du musst welche killen digga wo sind denn die alle ja da schießt mich mein eigener mann ab oder was du bist du ein hurensohn alter du bist so eine fotze los nicht zusammenspielen du opfer hatte fast vorräte normal alter da kommen so eine missgeburt und knallt nicht übern wieso denn wieso verlässt denn den operations wegdings bums bums kack ist denn los jetzt hier schlecht bin ich ich finde die entfernen ich muss oder nach was ist denn für eine kacke warum habe ich denn ihnen auf nachmachen die trete kann ich dir schon wieder die globen meine fresse da habe ich nicht nur so sagt weiter vorrücken der sieg gehört uns ja das ist doch mal prima ist im operations gleich mal irgendwo ist einer wo ist der nein 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 so ein dreck alter warum habe ich mich bloß umgedreht das verstehe ich schon wieder nicht da oben sind die wir haben uns auch da man ich komme schon wieder zu spät soll da irgendwo sieg sieg habe ich den letzten kill gemacht auch noch geil nein doch nicht ich dachte ich habe den letzten kill gemacht aber nein egal okay ich bin letzter mit 17 zu fünf alter zieht euch das mal rein alter 17 kills und fünf tode ist eigentlich richtig gut aber meine mitspieler war noch ein bisschen krasser oder was egal so ich bedanke mich für das zuschauen seid beim nächsten mal auch dabei abonniert meinen kanal und haut rein